Hallo und herzlich willkommen in YouTube zurück bei einem weiteren Video auf meinem Kanal XTEMUSAP Ja, wir befinden uns hier gerade das allererste mal auf dem Minecraft Startbildschirm, auf dem Minecraft Homescreen Das ist der Grund bzw. das hat einen ganz bestimmten Grund und zwar starte ich ein neues Projekt hier auf meinem Kanal Das Projekt ist ein Minecraft Vanilla Projekt und heißt MeinVan, was für Minecraft Vanilla steht Es ist ein Projekt aus mehreren kleineren YouTubern, die zusammen auf einem Server zusammenspielen Und ja, dort darf ich mitmachen, ich freue mich da richtig drüber Das ist ultra geil, weil ich liebe diese Projekte eigentlich und ich schaue auch bei so größeren YouTubern immer mal gerne bei solchen Projekten Man kann das Projekt ungefähr vergleichen mit CraftAttack, nur dass es ein paar Regeln gibt Wie zum Beispiel, dass man nicht griefen darf, nicht stälen und kein fremdes Eigentum zerstören oder einfach nehmen Sondern hier soll jeder für sich selber halt bauen und mit den anderen YouTubern gerne auch mal ein bisschen zusammen interagieren Das ist richtig cool, aber ich will gar nicht mehr unbedingt lange rumquatschen So, ich gehe einfach mal auf den Server, auf den MineVan Server Und zack, da sind wir Ja, wir befinden uns hier am Spawn Das hier ist der Spawn Man sieht schon, es ist schon einiges passiert hier Also, das ist so die kleine Stadt Muss ich hier mal eben ein bisschen mich runterbegeben Ja, ich bin sehr gespannt Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was hier schon irgendwie passiert ist Ich werde übrigens mal versuchen Die YouTuber, die hier mitmachen, unten in die Beschreibung zu knallen Ob das funktioniert, weiß ich aber noch nicht So, wer wohnt hier? Der Jorgi! Hallo! Hi! Hallo! Hey! Hi! Und... Nix! Nol! Ähm... Ja! Wehe! Nicht abschießen, Mann! Und ja! Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich das schaffe, alle ohne die Beschreibung zu knallen Weil wie man sieht, hier sind schon ein paar mehr Hier auf diesem Projekt Ähm... Ja... Also guck ich mal, ob ich das schaffe Auf jeden Fall Der Veranstalter von diesem... Von diesem Projekt Ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung Das ist der liebe... Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen Willst du mich jetzt verarschen? Ich habe gerade echt den Namen vergessen Ähm... Fällt mir bestimmt noch ein Scheiße Das ist ein bisschen peinlich Ja... Wie ist dein Name, Leute? Sag das mal bitte So, warte... Jetzt muss ich mal... Jetzt muss ich hier nicht... Oh mein Gott, ein Skelett Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier nicht wie ein Bescheuerter einfach nur so durch die Gegend renne Sondern ich muss mir ja jetzt auch langsam mal einen Bauplatz suchen, ne? Da hinten... Da... Da wohnt schon jemand Da wohnt, glaube ich, der L-Rock Den... den... Bei dem habe ich... Da... Vilux HD ist So heißt er... So heißt er... Den Namen habe ich gesucht Ähm... Ja, ich muss jetzt erstmal gucken hier Ein bisschen über die Stadt forsten Wie gesagt, ich habe noch keine Ahnung Auf dieses Projekt gekommen bin ich durch den lieben L-Rock Ist auch ein YouTuber... Ähm... Den habe ich einfach mal so... Der war so bei mir so in die... Wie hieß das noch? Vorgeschlagene Kanäle auf YouTube sieht man ja Habe ich mal so vorbeigeguckt Und dann ist mir dieses Projekt ins Auge gefallen Ist so reingeknallt, so in mein Auge Ne, okay Okay Ähm... Ja, jetzt muss ich aber mal gucken Mein Gott, ich renne hier schon wieder rum wie sonst was Ich muss jetzt langsam echt mal da Ja, gehe ich mal da hin Und... Als ich jetzt direkt in der Nacht gespawnt bin Das ist natürlich jetzt nicht so... Toll, nenne ich es mal Nicht unbedingt so vorteilhaft Aber... Wir gucken mal Was ist hier? Was steht hier? Hier entsteht ein globaler Garten Das ist bisher nur ein Ruhrgebiet Oh... Cool Aha Hier ein schöner Schöne Brücke rüber Und hier hat anscheinend noch niemand gebaut Dann würde ich sagen Werd ich hier jetzt mal anfangen Wollen wir mal Mich niederzulassen Hier sind wieder halbe Bäume stehen gelassen, ne? Ja, mein Gott Das mag ich ja überhaupt nicht Wenn hier einfach Leute so halbe Bäume stehen lassen Stehen lassen, so... Das ist... Das ist ja nicht so meins Weil dann hängen so diese Baumbrocken da noch so rum Und dann sieht jetzt alles voll kacke aus Mensch Geht's doch nicht So... Ähm... Kann ich hier nämlich hier direkt mal hochbauen Und hier die restlichen... Holz... Holzbrocken auch noch runterpflücken Ah... So... Dann können wir den Baum hier mal... Rasieren, ne? Also... Dass der so... Verschwindet so... Voll krass... Ja... Ähm... Ich werde natürlich noch ein bisschen mit... Ich werde sie auch gar nicht drin stören Aber es wäre natürlich sehr schön Ich quatsche hier schon wieder so ein Schwachsinn Und das geht ja gar nicht Mein Gott! Oh... Ist mein Blatt kaputt gegangen? Nein! Nicht weg... Nein! Nicht weg gehen! Hm... Ich muss wohl noch die ganzen Baumstämme da holen Dann kann ich wohl die beiden auch mal wieder rauspflücken Ich kann einen Moment... Ich sage da oben sind auch noch... Drei... Oder vier... Drei glaube ich... Drei... Ja... So... Können wir gleich ein bisschen terraforming betreiben... So mehr oder weniger... Weil... Hier hängt nämlich so ein dober Baum in der Gegend Und das ist nicht cool... Das ist echt nicht cool... Aber die hier oben drüber ist doch bestimmt auch noch irgendwo ein Baumstamm... Oder da so... Da! Wie ist der? Zack! Und... Tschüss! Alter... Hier sind auch viele Baumstämme... Mein Gott! So... Alle mal her hier... Komm mal ran... Kann man mal sehen wie viel man noch so aus so einem halben Baum rauskriegt... Ich habe schon 93 Baumstämme... Mein Gott! Wo ist denn eigentlich die Musik hin? Ich werde auf jeden Fall in der Hintergrund natürlich ein bisschen andere Musik laufen lassen... Das wird wahrscheinlich wieder Musik aus meiner Chill-Step... Minecraft Music... Musik... Musik... Playlist dahin... Noch ein bisschen... Ruhigere Elektronikmusik finde ich ja persönlich immer zum... Für so Aufnahmen eigentlich immer recht geeignet... Hier ist mir schon auch noch irgendwo ein Baumstämme... Na? Nicht? Okay... So... Hier ist aber auch noch einer... Da hinten ist ja auch noch einer... Ach hier... Hier sind auch noch zwei... Mein Gott! Noch drei! Alter Schwede! Und ich darf nicht irgendwie unnötig viel Hunger kriegen... Weil das ist echt äh... Das wäre relativ... Un... Geeignet... Und... Und wie heißt das denn? Äh... Das wäre scheiße! Sagen wir es einfach so ganz grob... Unoptimal! So... Das habe ich versucht... Sind hier irgendwo noch andere? Ne... So... Aber gleich genug Holz zusammen... Ich weiß... Es nervt gerade ein bisschen... Dass ich hier wieder nur am Holz suchen bin... Aber... Ich will hier... Ich muss ja Holz haben... Also... So ist ja nicht ne... Ein bisschen Zepplings... Hier ist da... Hier sind noch ein paar Baumstimme... Wusste ich's doch... Drei Stück... Mensch... Ich glaube es hackt... Noch vier... Noch vier... Ja... Noch fünf... Sechs... Lol... Also jetzt... Oh... Sieben... Lol... Oder noch mehr... Ja... Acht... Ne... Doch... Acht... Neun... Was ist denn hier los? Da ist aber wieder ein anderer Baum... Ne... Zwei... Anscheinend zwei riesige Mammutbäume... Da haben wir direkt nebeneinander gewachsen... Hm... Da oben jetzt noch irgendwelche... Ich hoffe doch mal nicht... Oh... Ein Apfel... Nein... Er ist die Spawned... Neun... Scheiße... Oh fuck... Zwei Äpfel... Jawoll... Nice... Noch einmal mehr... Dann können die nochmal eben... Den Rest... Da... Da komm ich an den ran... Nein... Da muss ich mich eben einen hochbauen... Ich den da auch noch runter... Und da ist in diesem riesen Koloss... Wahrscheinlich noch einer drin... Aber mein Gott... Das interessiert mich jetzt auch nicht... Ich will ja jetzt hier... Ein bisschen was schaffen... Leute... Ich bin ja jetzt nicht nur... Noch nix geschafft... Diese Folge... Und dir geht schon irgendwie... 5, 6, 7... 8 Minuten... 9 oder 10... Weiß ich ja nicht... So... Ich glaub... Wir pflanzen uns hier drauf nieder... Oh shit... Guck mal hier... Zwecks... Ich hab hier so'n... So'n tollen Schriftzug oben reingemacht... Oh nein... Zombie... Tschüss... Oh mein Gott... Das war jetzt echt knapp... Das kann ich eigentlich gleich mal lassen... Kann ich mir gleich noch... Ein paar mehr... Werkzeuge bauen... So... Mein Gott... Ähm... Nein... Passt an Sticks... Reicht ja... Oha... Tschüss... Kandidat... Jetzt aber... So und so... Zack... Und zack... Easy... Das hätte ich eigentlich ganz am Anfang machen müssen... Ähm... Oh was ist das da? Da scheint wohl jemand zu bauen... Da kann ich ja mal eben gucken... Wer da... Wer sich da niederlässt... Oh nein... Oh je... So... Nein kein Creeper... Nein... Nein... Oh mein Gott... Nein... Oh... Geschafft... Ja... Schon klar... Mein Gott... Nein... 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 Und draufklöppeln... Raufklöppeln... Easy... Wer... Wer lässt sich denn jetzt hier nieder? So auf Dauer... Freunde... Oh... Da würde man reinfallen... Und nicht wieder rauskommen... War... Doch... Was wird denn das... Naja... Komm her... Komm her... Oh... Lass dich töten... Jo... Komm her... Komm her... Nicht... Nicht verbrennen... Nein... Nicht verbrennen... Oh... Top... Kann ich die Erfahrung noch einsammeln... So... Wo lasse ich mich denn jetzt nieder? Ich würde sagen... Ich holze hier die Bäume noch ab... Und dann gucken wir mal... Oh... Getting... Getting... What? Warum hab ich denn das gerade erst bekommen? Das gibt doch keinen Sinn... Ich hab doch schon voll viel... Abgeholt... Oh... Der Jorgi ist da... Mein Gott... Was rechts die Anzeige an Kills bedeutet, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht... Ich weiß nicht ob das jetzt Spieler-Kills sind oder ob das wirklich... Äh... N... Nur... Kills... So im generellen Sinn... Also ob da Monster mit hinzu zählen... Wenn das natürlich jetzt... Spieler-Kills wären... Also wenn jemand einen Spieler tötet... Dann... Äh... Wäre das natürlich doch schon echt extrem... 6725... Mein Gott... Ich glaube ich lasse mich hier drauf nieder... Das ist... Äh... Sieht echt schön aus... So generell... Zudem habe ich da recht nahe einen... Okay... Dann läuft jetzt schon 13 Minuten nochmal... Jetzt noch 2 Minuten vielleicht... Und dann werde ich... Ähm... So... So... Was ist das? Das ist kein Stein... Andesit... Das ist ein neues... Gestein... Keine Ahnung... Aus Version 1.8... Wurde das glaube ich implementiert... So... Freunde hier... Ich kenne mich richtig aus... Merkt das schon, ne? Ha... Ja... Nicht so... Aber egal... Das juckt mich nicht... Mein Spaß... So... Dann kann ich jetzt... Hier mal eben ein paar neue Sachen bauen... So... Ranz... Holz... Äh... Ja doch... Holz Equipment wegschmeißen... Ein... Mach zwei... Ne... 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 Doch nicht... Das geht schief... Ich mach... So... Kann ich das hier mal eben... Einen Moment... Einen... Wegschmeißen... Zack... Aber das war's schon... Süden... Dies Urweg... Ha... Geht schneller... Ah... Geht schon ein bisschen schneller... Das ist schön... Das ist ja schön... Stein... Das ist immer so... Warum hab ich das nicht eher gemacht? Ganz ehrlich... Das geht ja gar nicht... Aber ja... Dann würde ich sagen... Ähm... Ich beende hier die erste Folge... Ich hoffe es hat euch gefallen... Alter... Es leckt gerade richtig hart... In der Aufnahme... Warum hab ich... Leckt das die ganze Zeit schon so krass? Jetzt leckt's nicht mehr... Das hab ich gerade erst gesehen... Ich hoffe es hat jetzt nicht die ganze Zeit so krass geleckt... Wenn ja dann tut es... Jetzt wieder... Da geht die... Die Framework geht schon wieder runter... Warum? Muss gleich nochmal ein bisschen in den... Einstellungen... In... Die X-Story rumspielen glaube ich... Das geht ja so gar nicht... Aber wisst ihr was Leute... Ähm... Ich beende hier mal eben die Folge... Und ja... Ich hoffe es hat euch gefallen... Auch wenn jetzt hier gerade ein bisschen leckt... Alter... Das geht ja gar nicht... 10 FPS nur in der Aufnahme... Hm... Naja... Wir sehen uns in der nächste Folge wieder... Und dann würde ich sagen... Bis dahin... Haut rein! Tschüss! 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 Tschüss!